so liebe leute herzlich willkommen zurück zu der spiel wir machen heute weiter mit dem nächsten drin ja auf geht's weiter geht's auf jeden fall mit dem nächsten rennen nummer drei vier und fünf die folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die gestrige vermutlich mal sehen wir dann let's go wir sind immer noch erster gott sei dank ja gut trotz des letzten rennens war das nicht so was wir all gestern war es mir nicht so hatte worum vielleicht funktioniert es jetzt ein bisschen besser als gestern für die 30 sekunden haben auf jeden fall zeit gekostet so ...durchsenke... ...links Atem überpuppe, Kuppe, vielleicht Spur 60... ...durchsenke... ...Kuppe... ...100 durchsenke... ...Kuppe, vielleicht Spur, senke... ...Abtung, Bremsen, Belle, Kehre, rechts... ...Kuppe, links 5 durchsenke, rechts auf, überpuppe... ...80 durchsenke, vor, links Kuppe, rechts... ...oder, wir liegen hinten... ...durchsenke, links 3, überpuppe... ...senke, Kuppe, links 5... ...rechts 6, lang überpuppe... ...links 5... ...rechts 6, in links 5, überpuppe... ...miss jetzt ein bisschen Gas geben... ...durchsenke, 80... ...links 3, verengt sich... ...in rechts 4, macht Aufnahme, nicht schneiden, 80 durchsenke... ...links 5... ...links 4, macht Zug, in rechts 3, nicht schneiden... ...in links 4, 80... ...links 6, rechts halb überpuppe, nicht schneiden... ...rechts 2, Kuppe, 80... ...links halb überpuppe, 80... ...links 3, nicht schneiden... ...in Kuppe, rechts 3... ...in links 2... ...rechts halb überpuppe, 80... ...links halb überpuppe, 80... ...links halb überpuppe, links 2... ...60 durchsenke... ...links halb überpuppe... ...rechts 6, rechts 2... ...in links 3, Kuppe... ...links 4, nicht schneiden... ...links 4, nicht schneiden... ...links 2, 60, nicht schneiden... ...links 3, nicht schneiden... ...mittig halten, überpuppe... ...wundert durchsenke... ...rechts halb überpuppe... ...mittig halten, überpuppe... ...wundert durchsenke... ...rechts halb überpuppe... ...rechts 3, nicht schneiden... ...in links 2, lang macht auf... ...in offener Kehr, rechts 80... ...links 3, nicht schneiden... ...in Kuppe, rechts 3... ...in links 2... ...links 6, rechts halb überpuppe... ...rechts 2, Kuppe 80... ...links halten, überpuppe 80... ...rechts 2... ...in links 3, Kuppe... ...in rechts 4, nicht schneiden... ...links 4, überpuppe... ...in links 1... ...rechts halten, überpuppe... ...mittig halten, überpuppe... ...wundert durchsenke... ...und dann haben wir wieder einen... ...coolstrum... ...vor erster Teil haben wir geschafft... ...zumindest wieder P1 geholt... ...das ist sehr gut gelaufen... ...tolle Wertungsprüfung... ...gut gemacht... ...us.... Aber vaiabור nicht... ...masch die T1... ...wirdsum... ...れる月ch À boths... ...ger destroyingブumpen... ...uns demechen, bitte... ...wirdsum... ...schrei. Gut, dann geht es jetzt sofort weiter mit dem nächsten Teil. Dann geht es jetzt sofort weiter mit dem nächsten Teil. Dann geht es jetzt sofort weiter mit dem nächsten Teil. 4,27 Kilometer, das ist auch immer so richtig. Kangaroo North, die ist noch mal ein bisschen was, sogar noch mal kleiner als die vorher. So, dann let's go. Sehr gut. Falle zu retten für heute. 5,4,3,2,1, los. Links im Übrug in einem Schwung und ein Dreisicht. Links, 5, senken. Links, 3, lang, macht zu. Überbrug. Durchbruch, rechts, 5. 80 durchsenken. Links, 2. In links, 2, Überbrug. Mit schneiden. In rechts, 4. Links, 4. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. So, dann müssen wir uns wieder ein bisschen Gummi geben. Rechts 5, nicht schneiden. Rechts 6, hin links 5, über Kuppe. 80 durch senken, 80. Links 4, Kuppe. 60 durch senken. Rechts 2, 80, recht steigen. Kuppe links 3, rechts halb über Kuppe, 80. Achtung, Kuppe links 2, 60 durch senken. Links halb über Kuppe, rechts 6, recht steigen. Vorsicht, rechts 2, in links 3, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 4, links 6, rechts halb über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 2, Kuppe, 80. Links halb über Kuppe, 80. Links halb über Kuppe, runter durch senken. Mittig halb über Kuppe, rechts 6, rechts 6, rechts halb über Kuppe, nicht schneiden. In Kuppe, rechts 3, rechts steigen. In links 2, links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, nicht schneiden, 80, mittig halten, über Kuppe, bis zielen. Alles klar. Pah, Gott. Aber wir haben es geschafft. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. ald Circhbrief. Wir haben es geschafft. So, dann war es das mit dem Teil aus Australien. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich bei Let's Play mit 4 und dann nehmen wir uns auf nach Spanien und dann hoffen wir mal, dass das so ähnlich wird wie auch hier in Australien. Bis dann und bis morgen.